Die neue Viergraufe von Patura hat die Maße 1,5 auf 1,5 Meter und bietet acht Fressplätze. Somit ist die Raufe bestens für kleinere Pferdegruppen geeignet. Zum Transport der Raufe kann entweder eine Palettengabel verwendet werden oder optional eine Dreipunktanhängung, die steckbar über Bolzen befestigt werden kann. Zum Befüllen der Raufe können zwei Seitenteile aufgeklappt werden. Diese werden mithilfe von Bolzen gesichert. Die Raufe ist geeignet für loses Gut, kleine Hochdruckballen oder Rundballen bis zu einem Durchmesser von 1,20 Meter. Je nach Tierart oder Pferderasse können die Kufen in zwei Höhen eingestellt werden. Besonders hervorzuheben ist das hohe Maß an Sicherheit für die Pferde durch zusätzliche Streben in den Fressgittern. Außerdem ist der Dachkantenschutzbügel integriert. Dachkantenschutzbügel integriert. Dachkantenschutzbügel integriert. Dachkantenschutzbügel integriert. Vielen Dank.